So, Leute, und jetzt geht's runter. Juhu! Juhu! Oh mein Gott. Quicksave. Den müssen wir... Ah, der müsste eigentlich in einem anderen Screen hinterlaufen. Ja, komm, hör auf zu lachen. Klopp ihn und lauf einfach weiter. So, ja, 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 ja. Komm her, komm her. Komm, schnell. Schnell, lauf. Oh, haha. Puh. Oh, haha. So, komm schon, komm her. Oh, hat der Glück. Ich glaub's ja nicht. Los, lauf in die Säge, lauf in die Säge. Bam. Mu, haha. So, gut. Das war cool. So, ihr wartet jetzt hier. Nein, nicht mitkommen. Warten, 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 warten. Okay. Ihr wartet hier. Ihr Trottel. Okay. Ähm. Die warten hier. Das heißt, äh... Hier konnte man noch irgendwo hoch. Oder? Hoch. Ja, hier konnte man hoch. Gut, wir quicksafen mal wieder. Hopp. Springen da rüber, weil wir... Da oben war ja noch einer. Den wir nicht mitgenommen haben. Äh, Hebel. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Glaube ich zumindest. So, runter hier. Wir müssen wieder zu unseren Freunden. Äh, was ist da drüben? Ist da drüben... etwas... Ach, hier ist der Ausgang anscheinend. Okay, Ausgang. Hallo, Ausgang. Gut, hier sind noch... Boah. Voll an dem Teil hängen geblieben. Okay, Abe. Ab nach oben. Nächstes Stoppwerk. Freiheit. So. Gut, schauen wir mal. Gut, äh... Wir alle. Wir alle. Mitkommen. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Kommt mit. Kommt mit. Kommt mit. Juhu. Ähm. Äh. Wartet mal hier. Ich muss erst mal gucken. Boah. Boah, bin ich jetzt mal schon... Holy shit. Okay, was ist da unten? Ach, unten. Ah, 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 okay. Gut, dann halten wir erst mal die Hebel da oben an. Nicht, dass der hier noch abgeschlachtet wird. Unser Arbeiterfreund. So, bleib stehen. So, gefällt mir das doch schon viel besser. Gut, dann nehmen wir erst den hier mit. Hi. Mitkommen. Mit. So, und dann. Warte. Okay. Gut, und jetzt. Wir alle. Und mitkommen. Folgt mir. Lauft in die Freiheit, meine Freunde. Lauft. Ring, ring. So. Damit haben wir dann wohl alle. Glaub ich. Da will ich nicht sein. Da will ich nicht sein. Aber ich glaube, da oben kann man hin. Da oben kann man wohin? Das habe ich gesehen. Ich habe es gerade auch gesehen. Hier, diesen Ding. Boah. Hier. Oh mein Gott. Geht es hier weiter? Ja, hier geht es weiter. Okay, erstmal die Lage checken hier. Gut, da drüben sind Freunde. Was passiert, wenn wir an dem Ding ziehen? Das ist die große Frage. Probieren wir es doch einfach mal aus. Hui. Ziehen. Okay, sie bleiben stehen. Das ist doch schon mal toll. Boah. Ich habe schon gedacht, er ist tot. Puh. Okay, da ist noch eine Säge. Hui. Ähm. Ähm. Okay. Okay, okay, okay. Ähm. Und jetzt? Und jetzt? Ich kann die ja schlecht da unten durch die Säge lotsen. Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Äh. Da muss ich wohl gucken, ob wir von unten irgendwie da hochkommen. An dieses Teil da. Schauen wir doch einfach mal nach. Ape. Also unten bitte. So. Schauen wir mal. Ape. Runden. Und hier durch. Ha. Und mal nicht gegen die Wand gerannt. Hooray. So. Äh. Geht es hier nach oben? Hm. Hm. Oha. Ich hab Angst. Ich will nicht sterben. Wow. Okay. Oh mein Gott. Das war nicht gut. Einfach weggeflatscht. Okay. Komm schon, Ape. Du schaffst das. Du bist doch gut. Du bist... Yeah. Ja. Oh man. Das ist doof. Ich mag das Spiel nicht. Doch ich mag es. Auf eine seltsame, skurrile Art. Okay. Ähm. Wir warten wieder. Auf den richtigen Augenblick. Okay, das war nicht der richtige Augenblick Aber das, aber das, komm schon Nein Verdammt Das darf doch nicht wahr sein Aber was mich interessieren würde Was passiert, wenn wir da rüber springen? Ah, 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 komm schon Verdammt Doch, aber das müsste eigentlich gehen Das müsste gehen Denke ich Hoffe ich Komm, ey, wir probieren es jetzt Warten wir wieder auf den richtigen Augenblick Und zwar Wenn Möglichst die in der Mitte unten ist Und die unten Äh, gerade nach links geht Und zwar jetzt Haha, bin ich nicht gut So Und hier geht es hier nicht nach oben Muss es nach oben gehen Es muss gehen Es muss hier irgendwo nach oben gehen Es muss gehen Verdammt Verdammt Vielleicht werden wir von da hinten rüber springen Ach, lasst es uns ausprobieren Wir haben ja nichts zu verlieren Boah, natürlich voll in die Säge gerannt Wunderbar So muss das doch sein Ich will dieses Teil da finden Irgendwo muss man da hochkommen Das muss gehen Aber wo Das weiß man nicht Das weiß man nicht So, okay, warten wir Und Nein Jetzt ist er nicht gesprungen Gut Nochmal Komm schon, ey Du schaffst das Und ich auch Auf geht's Komm schon Komm schon Ich hab's gewusst Ich hab's gewusst Aber irgendwie Nein Das ist nicht das Nach dem ich gesucht habe Egal Komm, raus mit euch Das ist doch gar nicht das Nach dem ich gesucht habe Määhn Verdammt 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 Es muss noch woanders gehen Bam Was zum Teufel Dein Ach, da stirbt man jetzt Oder was Hä Hä Okay, das Das Kapiere ich Nicht Ach, okay Wir müssen genau an dieser Stelle Hier wieder runter gehen Okay Okay Gut Jetzt aber Hier Runter Und hier runter Und quick save Dann haben wir das Und hopp Gut Dann gehen wir mal hier rüber Und ich glaube Hier müsste dasselbe Nochmal funktionieren Wenn ich mich nicht Komplett irre So Wie Och Komm schon Ich muss noch eins nach vorne SP Du Noob Ne, kommt Ich schaff das Ich schaff das Komm Ey Lass mich nicht im Stich Wie könnte das Du bist grün Und ich lenke dich Was kann da schon schief gehen Wie Wie Komm schon Puh Ah Quick save Ach ich liebe quick save So Wie Ja Wer hatte recht Ich hatte recht Anhalten bitte Cool Die haben wir sogar schon Okay Dann können wir jetzt hier wieder runter Und Quick save Sind wir denn Ah hier Okay Okay Das sieht doch schon mal gut aus Wuh Yay Gut Damit haben wir es eigentlich schon so gut wie geschafft Aber natürlich nur so gut wie Noch haben wir es nicht Aber es kann eigentlich nichts mehr schief gehen jetzt Es sind ja alle Segen angehalten Und Joa Joa ne Was kann da noch schief gehen Dann haben wir hier auch alle gerettet Wunderbar Ähm Mitkommen Okay Kommt mit ihr alle Du auch In die Richtung So Ba 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 Kommt mit Ihr Trottel Ähm Ähm Oh Bleibt nur stehen hier Oh mein Gott Oh mein Gott Der wartet nicht Halt Halt Wartet Wartet er nicht Ach okay Haha Gut er hat gewartet Auch recht So auf geht's Auf Lauft Unten gegen die Wand Wie euer Kumpel Und dann ist alles klar Und dann mache ich so Och geht nicht Menno So Die arbeiten hier So die arbeiten hier Jetzt schon wieder fleißig Mein Gott Solche Arbeitstiere Selten gesehen Wir alle So Okay Komm mal mit Hier Ab in die Freiheit Lauft Yay Und damit haben wir schon wieder Alle gerettet Sind wir nicht nett Ach ja Vielleicht sind wir auch zu nett Wer weiß das schon Okay Gehen wir wieder runter Und ab Zur nächsten Ebene Und jetzt noch sterben Das wär's natürlich Gut wir quicksafen hier jetzt mal Bevor wir da reingehen Und los Okay Okay Bam Tür zu Glück dicht Schauen wir mal Wo wir hier sind Oh mein Gott Ein Bewegungsmelder Was soll ich nur tun Gut Gut Wir dürfen natürlich Nicht Von ihm erwischt werden Da es ein Bewegungsmelder ist Meldet er uns aber nicht Wenn wir stehen Während er uns sieht Das heißt Wir machen So Und runter Oh mein Gott Mine Nein Ähm Quicksafe Würde ich mal sagen Auf jeden Fall Quicksafe Oh mein Gott Wie weit geht das denn Ui wir könnten die hier eigentlich Müsste ich mal ausführen Es kann natürlich sein Dass sie uns erschießen Hilfe 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 Nein Okay Er hat uns erschossen Das war gemein Okay Wir können sie nicht Erwischen Das heißt Wir schleichen uns eben Doch hier durch Wenn es sein muss Bleib stehen Gut Oh mein Gott Schon wieder Ein Bewegungsmelder Ding Puh 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 Unter Oh mein Gott Oh mein Gott Quicksafe Gut Jetzt müssen wir hier die Bewegungsmelder Teile ausschalten Glaube ich Können wir da nicht drüber springen Drüber springen Ob das funktioniert Oh Natürlich Nicht drauflaufen Du Trottel Du Trottel Du Trottel Du Trottel Du Trottel